Die erste Frage kommt von Sören über Instagram. Wie willst du den letzten gemeinsamen Abend mit den Jungs nach dem Spiel in Mainz angehen? Das macht der Klub. Ich mache nichts an dem letzten Abend nach Mainz, sondern der Verein veranstaltet eine Party, die aber jedes Jahr stattfand, also auch an den Spieltagen der letzten Saisons, wo der Abschied noch nicht klar war. Das hat, glaube ich, nichts mit mir zu tun. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann mal zu jeder Stunde dann alle nochmal in den Arm nehmen und dann gehen die alle in Urlaub. Und dann ist erst mal vorbei. Die zweite Frage kam auch über Instagram von Adrian. Wenn man sie auf der Straße trifft, ist es dann okay, sie nach einem Autogramm und einem Foto zu fragen? Das ist absolut okay, wenn man fragt, bin ich der Letzte, der Nein sagt. Wenn man es einfach macht, bin ich der Erste, der das Handy aus der Hand nimmt und das Foto löscht. Oder meistens meinen Bodyguard. Der macht es meistens, weil der ist ein bisschen aggressiver als ich. Aber wenn man danach fragt, kriegt man das im Normalfall immer. Also wenn ich jetzt nicht gerade ein Kilo Linzer Torte im Gesicht hängen habe, dann gibt es normalerweise auch ein Foto. Gibt es das überhaupt Linzer Torte? Ja. Gut, dann nehmen wir die.